Bevor ich anfange, das Dokument mit Text zu füllen, bietet sich an, dass ich im Vorfeld definiere, welche Schriftart, welche Schriftgröße, welche Schriftfarbe sollen die einzelnen Elemente bekommen. Das mache ich hier unter Bearbeiten, Stile und hier ist schon Stil entsprechend eingesetzt. Ich kann hier auf Bearbeiten klicken und dann sehe ich hier der Standardabsatzstil, der hat die Schriftgröße 12, Schriftfarbe schwarz und hier ist nichts weiter eingestellt. Dann könnte ich hier sagen, fertig. Ich kann aber hier auch sagen, neu, Absatzstil. Ich möchte hier zum Beispiel ein Titelformat zuweisen. Das Titelformat hat eine Größe von 22, ist vielleicht nicht Areal, sondern Kalibri und die Schriftfarbe ist rot. Dann habe ich hier also einen Titel und dann sage ich noch Absatzstil, Überschriften, die Überschriften im Dokument, die sollen nicht gasegroß sein. Machen wir wieder Kalibri und diesmal Schriftgröße 17, diesmal Großbuchstaben und die Schriftfarbe, machen wir blau. Hier sagen wir fertig und dann habe ich hier die drei Standard-Schriftformate. Ja, das kann ich mir hier entsprechend zurechtlegen, wenn ich jetzt hier ein Textfeld eingebe, dann kann ich also sagen, Doppelklick, dann kann man hier entsprechend schreiben. Also Titel über Überschriften und normaler Text und jetzt kann ich entsprechend draufklicken, kann sagen, Titel anwenden und dann habe ich entsprechend dieses Format zugewiesen. Der Text, der Standard, der ist sowieso drin, sobald man hier Text einfügt oder sobald man hier Text aus einer Datei einfügt. Ich habe jetzt hier eine Textdatei, die kann ich hier reinziehen. Dann übernimmt es mir das erste Format. Ich mache das mal rückgängig. Neues Textfeld, Blindtext und ich kann hier entsprechend reinziehen. Der Text ist hier drin. Das geht allerdings nur mit einem normalen Textfeld. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Wörterdatei habe, da funktioniert das Ganze nicht. Wenn ich die Wörterdatei zufügen will, da taucht ein Fehler auf. Womit es funktioniert, ist es mit einer OpenOffice-Datei. Allerdings leider nicht durch Drag & Drop, sondern ich muss hier also hergehen, sagen, rechte Maustaste und dann Text laden. Und hier habe ich die Möglichkeit, diese OpenOffice-Datei entsprechend zuzufügen. Ich kann hier das hier ausschalten, dass hier nur der normale Text eingefügt wird. Und man sieht hier auch, hier sind die Formate aus dieser Datei übernommen worden, während aus der normalen Textdatei das nicht der Fall war. Und was leider gar nicht geht, ist dieses Word-Dokument entsprechend zuzufügen. Also hier Text laden, Word. Das macht er mal leider nicht. In einem anderen Programm wie InDesign Quarks könnte ich jetzt einfach diese Datei nehmen, hier ins Textfeld hineinziehen. Und dann habe ich den Text wirklich übernommen. Das funktioniert auch mit einer Excel-Datei. Aber hier im Scribus, da brauche ich dann eine OpenOffice-Datei oder eine normale Textdatei. Ja, machen wir das mal nochmal rückgängig. Ich möchte hier den Blindtext drin haben. Hier unten ist noch weiterer Text. Und wenn ich diesen Text hier, also wenn dieser Text hier unten sich versteckt, dann sehe ich, hier ist noch ein kleines Kästchen dran. Wenn ich das hier entsprechend aufziehen würde, dann haben wir das hier nicht. Also ich mache das mal so klein, bis der Text wieder verschwindet. Wenn jetzt hier Text versteckt ist, habe ich hier wieder dieses kleine Kästchen. Ja, wie behilft man sich da? Man könnte folgendes machen. Man könnte hier ein zweites Textfeld aufziehen, daneben. Und dann gibt es sogenannte Verkettungen. Und zwar, ich brauche dieses Originaltextfeld, wo dieser Text praktisch weiterläuft. Und dann sage ich hier Textrahmen verketten und klicke das nächste Textfeld an. Und hier sehe ich dann, der weitere Text, der hier unten noch versteckt war, überträgt sich dann praktisch in das nächste Feld. Ja, wer im Textfeld den Text nicht direkt am Rand dieses Textfelds haben möchte, der kann hier einen gewissen Abstand einstellen. Das geht hier unter Text. Dieses Fenster übrigens, das bekommt man hier unter Fenstereigenschaften. Und dann habe ich hier dieses Dialogfeld und hier mit Text, Bild, Linien, Farben. Und jetzt muss man wissen, unter Text, Spalten und Textabstände, da kann ich hier oben und links, kann ich hier das etwas erhöhen. Aber auch auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt überall auf vier Sätze, dann rückt dieser Text nicht mehr so nah an das eigentliche Textfeld hin. Was hat das für einen Vorteil? Na ja, wenn ich zum Beispiel dieses Textfeld gestalten möchte, hier muss man aufpassen, Linienfarbe brauchen wir, machen wir es mal blau. Und jetzt kann ich hier bei Linien, also zuerst muss man immer eine Farbe zuweisen, dann kann ich auf die Linie gehen und dann kann ich hier entsprechend die Linienbreite definieren. H-Linie würde ich nicht nehmen, das ist viel zu dünn, sieht man kaum. Aber hier ungefähr zwei Millimeter, das kann man machen. Man kann die Ecken auch noch abrunden, allerdings aufpassen, hier, das ist hier nur ganz an den Ecken. Für die Abrundung bräuchte man hier bei Formen Ecken abrunden, hier so einen richtigen Radius. Und dann sieht man schon, hier kann man entsprechend eine Rundung einbauen und falls der Text dann wieder an diese Rundung gerät, kann man hier unter Textabstände hier nochmal entsprechend den Text einrücken. Gut. Was man noch machen könnte, wäre, dass man im Textfeld zwei Spalten hat. Also einmal die Möglichkeit, zwei Textfelder einzufügen. Ich könnte aber hier auch sagen, bei Textspalten, ich möchte zwei Spalten haben. Ich möchte auch einen Abstand haben zwischen diesen beiden Spalten. Und so habe ich dann praktisch auch meine zwei Textspalten. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Dann freue mich bei internally. Wärts Cake